Der La Sportiva TX4 ist unter den leichten Berg- und Wanderschuhen definitiv einer der berühmtesten Mitstreiter. Doch ist er das zu Recht oder hat auch der leichte Hiking-Schuh der italienischen Traditionsfirma so das ein oder andere Problem? Darum geht's heute beim Test des La Sportiva TX4. Kommen wir kurz zu den harten Fakten. Rund 490 Gramm pro Paar muss man beim TX4 einrechnen. Das sind 80 Gramm mehr als die Konkurrenz von Skapa, der Mojito Hike auf die Waage bringt, aber immer noch deutlich leichter als die festeren Bergschuh-Modelle von Sportiva, Skapa und Co. Die Sohle ist eine Vibra Mega Grip. Die ist bekannt für einen besonders weichen und damit gut haftenden Gummi, sowohl auf trockenen als auch auf nassem Untergrund. Erkennbar ist sie an dem Saugnapf-Design, als hätte man einen Tintenfisch auf den Schuh gelegt und die Dampfwalze drüber gerollt. Naja, Geschmackssache. Mittelsohle gibt es keine oder zumindest nur Alibi halber, denn die Mittelsohle ist EV. EV? Ich heiße doch Sebastian. Nein. Naja, EV heißt eigentlich gar nicht EV, sondern EVA. Das ist ein komplexer Kunststoff, der einfach hineingespritzt wurde. Dieser ist ähnlich wie Gummi sehr flexibel anpassbar und formbar, womit der Schuh super flexibel ist. Und eine richtige Mittelsohle ist es dann irgendwie trotzdem nicht. Inlay ist ein klassisches Auto-Light-Fußbett. Ja, schmeißt das besser raus, wenn ihr wirklich lange Weitwanderungen oder ähnliches vorhabt und besorgt ihr stattdessen was Vernünftiges. Ja, und damit haben wir eigentlich die harten Fakten des Schuhs schon wieder durch. Und wie immer geht's jetzt zu dem einzigen Tisch im Berg-Sport-Segment auf YouTube, bei dem jeder sein Fett wegkriegt. Zu Sebastian an den Techniktisch. So, danke wie immer für die Steilvorlage. Wir schauen uns jetzt den TX4 mal im Detail an und wie er so aufgebaut ist und was ich denn so von ihm halte. Schauen wir uns mal wieder nur einen einzigen Schuh an und fangen wir vorne an, gehen wir nach hinten, dann nach oben und schauen uns dabei wie immer etwas die Schnürung an. Wir haben vorne einen relativ breiten Schuh, der ist wirklich breit gebaut und er ist trotzdem darauf ausgelegt, möglichst kompakt zu sein. Für Leute mit sehr, sehr schmalen Füßen kann sich das etwas unangenehm anfühlen, weil die Idee hinter dem Schuh ist, dass er eben sehr formgenau an den Fuß angepasst ist. Wer so relativ schmale Füße hat, wird vorne viel Bewegungsspielraum haben und irgendwie ein Gefühl der Instabilität haben. Für breite bis normale Füße ist die Breite vorne aber ziemlich genial und es fühlt sich wirklich so an, als würde man sich nur eine Socke anziehen. Bei der Sohle haben wir vorne die berüchtigte Climbing Zone verbaut. Das ist etwas, was La Sportiva bei vielen Zustiegsschuhen etc. verbaut. Das ist ein besonders weiches und glattes Profil vorne. Da ist es quasi wie in einem Kletterschuh aufgebaut, von einem sehr weichen Gummi aus den Kletterschuhen kopiert und drüber geklebt. Ja, ich finde es ist ein bisschen was von Marketing. Climbing Zone hat sich für mich noch nie bewährt, vor allem bei diesem Schuh nicht, weil er eben für das Felsgelände nicht absolut geeignet ist. Aber dazu komme ich gleich noch. Im hinteren Teil ist der ganze Schuh etwas schmäler. Also wenn man sich den von vorne so anschaut, wird man merken, dass man hier an der Seite nichts mehr sieht. Beziehungsweise wenn man ihn sich so anschaut, sieht man, dass er hier etwas in die Breite geht. Das heißt, die Ferse ist eine normal große Fersenbox. Die Fersenbox ist die gleiche wie beim Trango. Den schauen wir uns nächste Woche an. Das ist, ja, ziemlich vergleichbar, was die Passform betrifft. Das heißt, passt euch der, dann passt euch der auch. Das ist ganz praktisch, da Sportiva verbaut. Nicht viele Fersenboxen. Coole Sache am TX4 ist auf jeden Fall die Schnürung. Die sollte man sich wirklich im Detail anschauen. Ich zeige sie euch jetzt mal kurz etwas näher. Was auffällt für alle Leute, die auch gerne klettern und vielleicht den Mythos von Sportiva kennen, die werden wissen, dass dieses Schnürsystem aus dem Mythos kommt. Denn der Mythos hat nämlich einen ähnlichen Aufbau. Für alle, die das nicht kennen, normale Bergschuhe haben die Schnürung verlaufend im Material, in dem Fall dünnes Leder, direkt verlaufend verbaut. Der macht das hier etwas anders. Der hat hier eine Zusatzverbindung. Der hat quasi in jedes Material einmal eine eigene Schlaufe integriert, durch die dann die Schnürung durchführt. Das Spannende daran ist, dass das hier keine Metallösen sind oder sonstiges, sondern das sind, ich würde sagen, Kordel, also Kordel sag ich schon, so Rebschnüre bis so Paracord, so etwas in die Richtung. Sind aber keine, ist aber nicht dick genug für eine echte Rebschnur, sondern es sind einfach eigentlich dünne Paracord-Schnüre. Und das Interessante darin ist, dass die auch einen Mantel haben. Und das normale Schubband hat ja auch einen Mantel. Da ist ja auch eine gewisse Reibungsfläche. Und jetzt kommt das Interessante. Diese Reibungsfläche führt dazu, dass wir mehr Reibung zwischen den einzelnen Schuhschnür Passagen hier haben. Vorderer, mittlerer Bereich, oberer, ganz oben. Und das Spannende daran ist, dass wir dadurch so viel Reibung generieren, wenn wir hier anziehen, dass wir die vordere Schnürung nicht mehr einflüssen. Das ist das Coole. Man kann sich sozusagen den Schuh anpassen, vorne und dann einfach ganz anders schnüren als hinten oder als oben, obwohl es keinen Abklemmmechanismus oder sonst was gibt. Und ich finde diese Innovation wirklich stark. Sie funktioniert nicht einwandfrei. Klar, weil die Reibung irgendwann gibt die auch nach. Also wenn ich da fest genug anziehe oder ruckartig genug anziehe, dann löst sich hier vorne auch was. Das heißt, wenn ich ihn hier vorne locker einstelle und da oben festbinden will, das wird schwierig. Es geht, aber es wird schwierig. Man muss da relativ feinfühlig drangehen, dann schafft man das auch. Aber es ist eine coole Sache, dass man das so hinbekommen hat. Oben die Schnürung gefällt mir nicht so ganz gut. Die Problematik an diesem Haken hier ist, dass er keinen Abklemmmechanismus hat. Und ich finde, dass bei diesem Schuh wäre das gerade nochmal so ein Zusatzfeature gewesen. Das hier ist kein Schuh für hochalpine Touren, kein Schuh für Hochtouren etc. Hier hätte man auf maximalen Komfort setzen können, wenn man einfach gesagt hätte, ich mache hier nochmal einen Abklemmmechanismus rein. Das hier ist Plastik, das wiegt nichts. Man hätte hier zum Beispiel vom Cube, aber vom Cube zum Beispiel die Metallösen nehmen können zum Abklemmen. Man hätte auch vom Trangotec die Plastikösen, die auch Abklemmen verwenden können. Man hat sich hier einfach für eine Öse entschieden, wo das dann locker drin hängt. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Cool ist, dass ich es dadurch nicht notwendig habe, ihn oben zuzubinden, weil ich ihn ganz einfach aus der Öse aushängen kann, klar. Und dann habe ich ihn hier einfach hier weiter unten zugebunden. Das ist super praktisch. Aber das könnte ich mit einer Metallöse oder mit einem Abklemmenmechanismus ja genauso. Deswegen finde ich die Lösung hier nicht gut. Denn dieser Schuh hätte auf maximalen Komfort ausgelegt werden können, wenn man hier einen Abklemmenmechanismus gemacht hätte und gesagt hätte, ich möchte schon eine Spannung bis ganz oben hinauf. Aber ich möchte es mir aussuchen können, ob ich das jetzt fest haben will oder nicht. Ob ich einen sehr festen Schuh unten haben möchte und einen sehr lockeren oben. Zugegeben für die letzte Öse nicht absolut relevant, aber man hätte sie einfach verbauen können. Hätte ja nicht weh getan. Hätte wahrscheinlich zwei Cent pro Schuh mehr gekostet. Zum Inlay. Gut, haben wir ja schon besprochen. Es ist ein relativ schlichter Schuh innen. Ganz normales Stoffmaterial, ganz normale Membran drunter. Ja, es ist nichts Spezielles. Er kostet ja auch jetzt nicht. Die Welt ist ja relativ günstig. Über die Sohle müssen wir jetzt nochmal im Detail sprechen. Die Sohle hat sich so ein bisschen beim Test bei mir disqualifiziert. Warum? Ich habe den Schuh auf leichten Wanderwegen getestet. Ich habe ihn auf Klettersteigen getestet. Ich habe ihn im, ja ich sag mal, im alpineren Klettersteig getestet. Also wo es wirklich viel Geröll, viel Schutt, viel sehr unstrukturierte Felsstruktur, also nicht wie am Sportklettersteig mit irgendwelchen Klammern oder so einem Scheiß, sondern wirklich unter eher alpineren Bedingungen getestet. Das heißt, er hat eigentlich wirklich alles gut durchgemacht. Aber nicht wirklich lange. Und das bedeutet, eigentlich müsste er ja noch ziemlich fit sein. Er hat vielleicht 30, 40 Kilometer runter. Maximal. Und was direkt aufgefallen ist, dass nach der zweiten Verwendung hier, ich versuche das dann wieder ein bisschen besser einzublenden, sich die Sohle löst. Einfach so. Einfach so. Das verstehe ich nicht. Das ist etwas, La Sportiva, das geht einfach nicht. Das ist ein Bergschuh und ihr könnt ihn selbst, wenn ihr ihn nur für 50 Euro verkauft, ist das trotzdem ein Qualitätsmangel nach 30 Kilometern, der einfach nicht sein darf. Und ich verstehe, ich möchte euch auch erklären, warum das so ist. La Sportiva wollte bei diesem Schuh eine Sohlenkonstruktion etablieren, die möglichst auf Komfort ausgelegt ist. Der ganze Schuh soll 100% Komfort sein. Das steht auch so auf ihrer Website und so. Und dafür, dass das bewerkstelligt wird, haben sie wirklich alles in Kauf genommen. Alles. Sie haben eine sehr runde Form. Man sieht, der ist relativ g-rund. Also er ist relativ gut abgerundet vorne zum Abrollverhalten, zum verbesserten Abrollverhalten. Das haben normale Bergschuhe nicht bis fast gar nicht. Und er hat hinten auch noch mal etwas zum aufrollen, damit man quasi nicht immer auf eine harte Kante aufstößt. Das ist in der Sohlenkonstruktion auch gar nicht möglich. Denn diese Sohle, diese Vibram Megagrip, die wäre, wenn das hinten eine harte Kante wäre, auf die man quasi immer fest draufsteigt, ja, dann wäre die in kürzester Zeit durch und kaputt. Das Problem ist aber, dass man sie deswegen jetzt hier hinten abgerundet hat. Also die ist auch im Geschäft, das ist nicht durch meinen Test, sondern die ist auch im Geschäft hinten abgerundet. Und diese Rundung, die wird hinten an der Mittelsohle quasi mehr oder weniger festgeklebt. Die Konsequenz ist, dass wir hier eine ziemlich starke Biegung drin haben, obwohl wir hier im Fersenteil ordentlich Spannung auf der Sohle haben. Der Gummi wird hier ordentlich gespannt, trotz Kleber. Und der Kleber, der kleine Klebeteil, das kann sich, glaube ich, jetzt jeder selber erklären, der kleine Klebeteil hier ist einfach nicht stark genug, um die Sohlenspannung des kompletten Fersenteils inklusive, das ist ja ein Element, das ist ja nicht geteilt, das auszugleichen. Und das zu halten. Ja, und dann passiert das. Dann lösen sich hier diese Tentakel ab und langfristig wird hier alles runtergehen. Und was dann passieren wird, er sieht dann so aus. Das Sohlenteil hier steht gerade weg und hier ist ein Loch Richtung Mittelsohle. Und jetzt befürchte ich, dass hier dann die Mittelsohle freigelegt würde, wenn das hier aufgehen wird. Das wäre sowieso schon mal erste Katastrophe. Zweite Katastrophe. Das hier ist EVA drinnen. Das ist keine echte Mittelsohle. Hier haben wir keine Stabilität. Das ist Blödsinn einfach. Und deswegen, ich sehe in der Langlebigkeit dieses Schuhs viele katastrophale Probleme. Ich glaube, der wird... Es ist unterschiedlich. Es kommt drauf an, wo man ihn verwendet. Wenn man ihn nur für leichte Wanderungen verwendet, etc., dann wird er wahrscheinlich auch seine zwei, drei Jährchen mit euch verbringen. Wenn ihr aber sagt, ihr geht damit auch felsigeres Gelände, dann wird der wahrscheinlich nicht lange halten. Also ich sehe da echt Verarbeitungsprobleme, große Verarbeitungsprobleme, die ich selbst bei diesem Preis einfach nicht akzeptieren kann. Was habe ich noch festgestellt? Wir haben sehr empfindliche Seiten. Das aber nur im Felsgelände, wirklich. Wenn ihr sagt, ihr geht hochalpinere Klettersteige mit dem Schuh oder ihr geht alpine Klettersteige mit dem Schuh, wo ihr wirklich auf unförmige Felsstrukturen trifft, die, wo man immer wieder mal in kleine Felsritzen reinsteigen muss, etc. Weil er hat ja die Climbing-Zone. Er wäre ja theoretisch dafür gemacht, dass man das auch so tut. In der Praxis ist es aber deswegen nicht, weil die Seiten hier sehr, sehr empfindlich sind. Also spitzere Fels-Elemente, die in den Schuh reindrücken. Erstens mal, ich glaube, das wird er nicht lange mitmachen. Er hat zwar hier eine Verstärkung, auch auf der Innenseite hat er die Verstärkung, aber erstens mal, es fühlt sich sehr unangenehm an. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, ich glaube, dass es in der Haltbarkeit einfach langfristig nicht funktionieren wird. Ich glaube auch, dass diese Verarbeitungsränder hier nicht ewig halten werden. Ich glaube auch, dass die irgendwann aufgeben werden, gerade wenn man viel am Fels damit unterwegs ist. Er ist also eigentlich, ist er jetzt ein Klettersteig-Schuh oder nicht? Also, er ist von der Sohle her und er ist von der Leichtigkeit her und er ist vom Aufbau her auf jeden Fall Klettersteig-tauglich. 100%ig ein Klettersteig-Schuh. Auch ein Klettersteig-Schuh. Vor allen Dingen leichter Wanderschuh, aber eben auch ein Klettersteig-Schuh. Diese Fähigkeit wird aber dadurch getrübt, dass er einfach dafür irgendwie zu instabil wirkt. Nach meinen Tests. Ich kann nur das zeigen, was ich auch getestet habe. Es kann sein, dass das jetzt hier ein Verarbeitungsfehler ist und das hier eine einmalige Sache war und dass das bei euch definitiv nicht passieren wird. Ist aber unwahrscheinlich. Und deswegen weiß ich nicht zu Recht, was ich mit diesem Schuh machen soll. Soll ich ihn als Klettersteig-Schuh empfehlen oder nicht? Ich würde sagen, ja. Wenn ihr die Kohle dafür habt, dass ihr sagt, ihr wollt Sportklettersteige etc. gehen, dann ist der Schuh definitiv geeignet. Gerade bei Sportklettersteigen ist auch die Abnutzung des Schuhs relativ gering. Wenn ihr sagt, ihr möchtet wirklich lange Zustiege, alpine Steige, die auch sehr sehr lange gehen etc. gehen, dann weiß ich nicht, ob er die beste Wahl ist in puncto Langfristigkeit. Er wird dann nicht ewig leben. Und ich weiß, es gibt jetzt wieder Leute, die sagen, wir haben einen TX4, der hält immer noch. Ja, meiner halt nicht. Also er ist nicht kaputt, aber er hat Qualitätsmängel, bei denen ich sagen würde, wir haben natürlich wieder das Potiva typisch mittlerweile, die klassischen Klebereste überall. Wieder kein sicherheitsbedenklicher Aspekt. Sie hätten den Kleber vielleicht dazu verwenden sollen, die Sohlenränder etwas besser anzukleben. Haben sie nicht gemacht. Sie haben sich dafür entschieden, den Kleber einfach am restlichen Schuh zu verteilen. Okay. Das Design irgendwie meistens eigentlich eine Stärke von Las Potiva ist, aber in den Feinheiten dann manchmal etwas bröckelt. Das stelle ich auch an solchen Dingen fest, wie hier den Rändern der Sohle, die über den Schuh hinweg gehen. Vielleicht sieht man es so besser. Also das steht dann so ein bisschen weg. Und die Idee dahinter ist natürlich schön, dass man hier mehr Auflagefläche, mehr Stabilität hat. Aber ich sehe hier schon wieder den nächsten Kritikpunkt und schon wieder die nächste problematische Situation. Wenn ich hier jetzt auf die Außenseite mal etwas unkontrollierter wo drauf steige und nur den Außenriss hier belaste, dann glaube ich, dass dieses Gummi, also dieser Teil der Sohle sich oftmals abbiegen wird. Und irgendwann wird der, wenn der spröde wird, so nach ein, zwei, drei Jahren der Gummi, wird der brechen. Und dann habe ich wieder ein Loch in der Sohle. Also ich finde das Vibra Mega Grip System schon in Ordnung. Aber langlebig ist es halt auf einem Schuh für die Alpen eher nicht. Für Wanderungen, weit wandern, kann ich ihn uneingeschränkt empfehlen. Es ist der bequemste Schuh, den ich jemals in der Hand hatte. Als Wanderschuh, klar. Es gibt Laufschuhe, die sind bequemer, aber als Wanderschuh, der für Berge geeignet ist, ist es der bequemste Schuh, den ich in meinem Leben jemals in der Hand hatte. Und dementsprechend bin ich auch sehr zufrieden damit und möchte ihn euch zu 100 Prozent fürs Thema Wandern und Weitwandern empfehlen. Es gibt den TX4 auch in der niedrigeren Variante. Die niedrigere Variante würde ich euch für leichte Wanderungen eher empfehlen. Denn ihr werdet relativ schnell feststellen, dass ihr mit dieser Höhe weder Fleisch noch Fisch gekauft habt. Ihr habt irgendwie nicht genug Höhe und vor allen Dingen Stabilität, dazu komme ich gleich noch, dass sich dieses hohe Modell lohnen würde. Ihr habt aber zu viel Höhe, um maximale Sprunggelenk-Flexibilität zu haben. Was bedeutet das? Wenn man in dem Schuh drin steht, dann ist hier alles sehr weich. Der Schuh ist auf 100 Prozent Komfort ausgelegt. Das erfüllt er absolut. Aber das Problem ist, dass ich, wenn ich so weiches Material habe, dann habe ich ja sowieso keine Unterstützung. Also der Sinn hinter hohen Schuhen, muss ich mal ein eigenes Video dazu machen, die Geschichte dahinter ist toll. Der Sinn hinter den hohen Schuhen ist ja ein Schutz vor dem Umknicken, was gerade für einsteigenden Werksport wahnsinnig wichtig sein kann. Und das stimme ich auch absolut zu. Das Problem ist aber, wenn das hier und das Material hier so weich ist, ja, schon ist er der flache TX4. Also ich muss da nicht fest zuhalten, mit einem Finger. Und es ist ein flacher TX4. Also es macht keinen Sinn, das so zu verbauen, wie soll der quasi ein ganzes, Sprunggelenk unterstützend sein? Außer, dass er, also das einzige, was er unterstützt ist, dass mir quasi, wenn mir ein Stein gegen das Sprunggelenk fällt, das nicht so weh tut. Aber sonst... keine Ahnung. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Kauft euch für Wanderungen definitiv die niedrige Variante. Für Klettersteiger kann man darüber reden, ob man vielleicht einen hohen haben möchte. Ich würde jetzt fast schon sagen, es ist... Also ich fand ihn für Geröll ganz praktisch, dass er hoch ist. Denn dann habe ich nicht das Geröll. Gerade bei feinerem Geröll kennt man das, dass es einem mal ein bisschen tiefer geht und dass es einem dann bis hier hoch steht. Und das ist natürlich mit einem flachen Schuh nicht so angenehm wie mit einem hohen. Aber sonst... Also... Ja... Legt euch dem niedrigen zu. Das bringt nichts. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch sagen, wie weich dieser Schuh ist. Das kann man sich, wenn man ihn so sieht, glaube ich, noch gar nicht so richtig vorstellen. So weich ist dieser Schuh. Ohne... Ohne, dass ich jetzt irgendwo im Gummi sehen würde, dass sich kleine Mikrorisse oder sonst was bilden würden. Das ist absolut absurd, wie weich der Mega-Grip Gummi ist. Auch bedingt dadurch, dass er keine Mittelsohle hat. Keine echte. Sondern nur so eine eingespritzte EVA. Ja... Man wird das merken in der Stabilität des Schuhs langfristig, dass... Gerade wenn er älter wird, kriege ich auch hin und wieder die Frage, warum gibt es eigentlich so super harte Schuhe, also super harte Sohlen und so super weiche. Das Problem ist, dass weiche Sohlen, die... die Sprödigkeit, die in jedem Gummi, egal ob weich oder hart, über die Zeit, über die Jahre, zwei, drei, vier, fünf Jahre kommt, dass die in weichen Sohlen die Auswirkung hat, dass der Gummi reißt und dann fällt die Sohle runter. Gerade wenn der Kleber trocknet. Katastrophe. Und diese Risse, die in dem Schuh entstehen, in der Sohle entstehen, über die Zeit, die sind beim weichen Gummi einfach eben schneller da. Nach zwei Jahren, vielleicht nach drei Jahren. Je nachdem, wie viel man ihn verwendet, logischerweise. Aber der Alterungsprozess ist immer der gleiche vom Gummi. Bei einer harten Sohle, die sich relativ wenig bewegt, ist die Gefahr der Risse durch die Bewegung logischerweise geringer. Der Gummi ist trotzdem alt und spröde und so weiter, aber er kriegt nicht die Gelegenheit aufzubrechen. Und das kriegt er bei dem weichen Gummi halt schon. Das heißt, weich ist nicht immer ein Vorteil, sondern kann auch ein Nachteil sein. Gehen wir zurück zum letzten Punkt, Anwendungsgebiet. Zurück zu Sebastian. Anwendungsgebiet für den TXV ergibt sich durch die Umstände eigentlich sehr gut. Leichte Wanderungen, leichte Steige, kürzere Klettersteige, lange Wanderwege, Weitwanderungen und Co. Hochalpine Felstouren tun dem Schuh nicht gut. Er wird sich relativ schnell bei solchen Einsätzen verabschieden. Die sehr leichte Bauweise macht einfach sehr viele Abstriche im Einsatzgebiet. Und selbst wenn man das Einsatzgebiet großzügig ausdehnen würde, wird man eben mit frühen Materialermüdungen leben müssen. Er ist nun mal vor allem ein bequemer und kein robuster Schuh und findet damit aber auch ebenso eine sehr gute Zielgruppe, die mehr oder weniger völlig zu Recht begeistert ist. Wer viel Geröll und Felstouren geht und viel im hochalpinen Raum unterwegs ist, sollte sich aber von diesem Schuh eher verabschieden. Wenn euch der Test gefallen hat, dann ihr wisst Bescheid. Einfach auf den Abo-Knopf drücken. Kostet nichts, tut nicht weh, hilft uns aber sehr. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr den TX4 jetzt haben wollt oder nicht. Würde uns wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bis zum nächsten Mal.